Moin, ich wollte dir noch Feedback geben. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit immer sehr viele Probespieler da gehabt, auch von Mannschaften, die eigentlich spielstärker sind als wir. Ja, und das Feedback war immer das gleiche. Ich sag mal, zu drei Viertel haben wir tatsächlich mittlerweile im Durchschnitt Advanced Football Spielform mit drin und die Jungs und Väter, Mütter, wie auch immer, die waren immer mega begeistert von unserer Dynamik im Training. Und ja, obwohl ein Spieler sogar bei drei oder vier anderen Vereinen war, die definitiv eine spielstärkere Mannschaft haben, hat er sich zum Beispiel für uns entschieden, weil er so ein Training noch nie gesehen hatte und bei den anderen Vereinen anscheinend, ja, eine Aussage war sogar, er hat sich gefühlt wie beim Minitraining bei einem anderen Verein, der auf dem Papier besser ist als wir. Und das wollte ich dir nur mal sagen, dass wir dadurch immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Einen kleinen Anteil haben wir vielleicht auch, aber die Jungs sind immer mega begeistert und ja, Advanced Football muss bekannter gemacht werden, ja, damit noch mehr Kinder begeistert trainieren gehen.